Hi Leute und willkommen zurück zu Octopus Traveller 2. Ich habe Oski ein bisschen trainiert und ja, man sieht schon, Karrie ist 31, Kersti 41. Ich habe gemacht ungefähr bis Partizio 29 wurde, deswegen denke ich mal, das passt so. Ich will da oben nochmal in die Kiste ran. Das ist nur rausfinden. Oh, ich brauche doch nicht rausfinden, wie ich da hinkomme. Ich möchte hier Litchi, aha. So, ähm. So, und du kannst ihn erreichen. Und ihn erwecken. So, jetzt kann ich ihn ganz gemütlich hier verprügeln. Dann warst du hier. Dann war es dann. Wtl, Art? Haha? Yeeha! Wtf, dich an die Arnhons! So. Fahndstufe 11 ist vielleicht ein bisschen wenig, kann ich nicht porten? Fahndstufe 11 ist nun wirklich nicht mehr irgendwie wichtig. Vielleicht sehen wir noch wer ist auf dem Weg. So, wir sollten nichts mehr können. Ah. Anzimmer. Nö. Oh, ich hab's nicht weg tief, hat das schon gereicht. Okay, ist halt Level 11 Gefahrenstufe. Sollen wir noch erwarten, ne? So, wir müssen mal auf die Minikarte gucken. Vielleicht, dass wir wirklich noch irgendwas haben. Ostirentaler Waldweg. So, jetzt muss ich glaube ich nach unten, ne? Kurz auf die Karte. Hallo? Karte. Okay. Übrigens, ich weiß nicht, wie das jetzt von dem Ankerplatz aus von hier bis hier gerade nur so ein kurzer Weg sein konnte. Ich denke mal von hier bis hier ist jetzt fast genauso lang. Ich weiß nicht, wie das. Das war das. Das war's. Das war's. Das war's. Da war's. den kennen wir noch gar nicht den weiß ich jetzt nicht ob es getriggert hat aber sonst auch gar nicht das noch zu wissen vielleicht sagen die weiter da waren wir schon ernsthaft was wir vorher aus bin Kannst du nicht? Schwert, okay. Das nicht. Axt bringt was du nicht. Wow, so ein Millischmeter. So ein kleiner Schritt. So, wo bin ich? Ich muss nach links. Ist das hier runter? Nicht, dass ich jetzt wirklich nach unten gehe. My turn. Hier geht's. My turn. How's that for you? Here I go. It's over. I still have much to learn. So, nach links holen wir. So, wir können nach oben gehen. Was ist da? Aha, die Küste, die wir schon haben. Okay. Gehen wir einfach links weiter und fennen. Sollen wir auch heute schon im neuen Gebiet sein. Hier geht's. Take this. Very well. Here I go. Pre-pick. I'm sorry. Nice one, Hikari. My turn. He-ah! Much appreciated. Oh mein Bernhard. Also das nix. My turn. For the pride of Ku. Was sollt ihr nun öfter machen? Wir können schon durch solche Gebiete laufen und einfach alles verklauen, was es geht. Nordvallhainer Waldweg, oh 28. Ist jetzt genau da, wo wir hin müssen. Hier waren wir definitiv noch nicht. Okay, kein Unterstand, aber hilft das nicht auch. Ach du Schande. Okay, das Ding hatten wir schon mal, die anderen nicht. Ach nicht. Ach nicht, doch. Okay, perfekt. Kommt das Teamwrap. We're all... Now die! Now we begin. Bring it on! Ich denke, es ist ein Leben. Oh, dear. Woah. Ah, äh... Kräftig, sag mal. Woah. Das Geschein, der gerade gemacht hat. Okay, Cassie. Aber noch. Meine Güte. So, direkt mal heilen. Ähm... Heilung. Habe ich eigentlich alle mit einer Laufbahn? Was? Keine Laufbahn? Oh. Er kann den jetzt mal Finder machen. Besser als nichts. So, Ausrüstung. Okay, jetzt mal Silber bei. Das passt. Fähigkeiten. Oh. Randsspalter. Keine Fähigkeit. Führe einen extrem starken Schwertangriff auf einen Gegner aus. Nehme ich. So. Jetzt. Können wir's mehr machen. So, ähm... Kräftig, du kannst noch mal eine andere Klasse nehmen. Wenn du Bock hast. 3G hast du durch. Wir haben immer noch 7000. Wow. So, was ging das? Führe einen elementarneu... Was? Elementneutralen Angriff auf einen Gegner aus. Und halte Geld in Höhe des zwölflichen Schadens. Nice. Cool. Das ist geil. Okay. Nett. Das ist kein Bild. Pinselnstein. Die Dinger haben wir noch nie benutzt. Altar der Herren der Anmut. Äh... Anmut? Tänzerin? Der wilde Tänzerin erscheint. Dann will ich ihr Kraft verleihen. Aha. Warum? Warum? Ach, Mann. Ich hab's hier ausgewechselt. Mal die Kleinen mitnehmen wollten. Jetzt kommt genau sowas. Wo ist der nächste beste Ort? Da unten. Oh, ich muss hier wieder zurückkommen. So. Muss doch schweimlos werden. So. Muss doch schweimlos werden. Ich hab ja auch ein Schwert. Okay. Ah, buff mich ruhig. Egal. Hat sich hochgebufft? Ja, Angriff geht hoch. Und dafür magisch und so runter? Okay. Egal. Ähm. Aber ich kann schon nicht. Wenn's hier mal ein ... Ach. Ich hab's mir nicht mehr möglich aus. So valley ist ein Krieger. Ach. 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 Warum nicht? Pfeffer zu holen. Oh, besser ist bei Eevee. Au. Axt nicht. Die ist so super. So, einmal speichern. Oben ist ne Kiste. Ich glaube, komm ich an. Hier wichtig oder bin ich hier? Irgendwie. Oder ich unten hinangehen muss. Ah, ich weiß das nicht. Sieht wieder so richtig aus, weil der Blick so weit geht. Ach, der hat auch nen Schwert. Oh, alle verfehlten. Nice. So, du hast gebogen. Schreie. Oh... ... Ich habe Eisbücher in der Videobacht. Ich habe ihn nicht verletzt, was ich vergleiche. Wo war ich? Oh, Tyminus, 32. Schön. Liebe des Lebens. Wo wäre ich denn unten hingekommen? Exorzist. Messer? Äh, Ausrüstung. Nein. Kommentar. Was ist hier? Begari? Ein bisschen besser. Dafür geht Tempo runter. Aber es gibt bei Tyminus auch Ausweichen hoch. Um die Beben da auch. Voll sehr geil, wenn ich das gebe. Oh. Oh. Wir werden hier ... Komm, okay ... Denk, dass die bestimmt schlimmer sind. Ich hab's low Ich hab's low Ich hab's low Ich hab's low Einmal kurz Noch nicht Aha Ich will mich jetzt noch ein bisschen mehr schwecken Mach den doch noch langsamer Mitten ist sicher nicht in Ordnung Boah Ich hab's auf Kerst, die werden alle ultra langsam Okay, Kerst kann auch nur drei Rundenschutz Oder drei Angriffe Was sowas angeht So, Lanzen Lanzen hilft mir Oh Aha Scheiße So Du hast Durch Ach du die wollte ich noch heilen Ups Sehr gut Ich hab's Auf Stäbchen Schwer Warum sind die so nervig? Die Flanken sind zwar nur, aber irgendwie sind sie gefühlt viel zu oft Sehr gut So, geht doch Weil das rote Schwert So, ich glaube Level 30 Ist auch noch mal drin Heilung Ne Irgendwie ist sie So Hier ist nichts mehr Von der Aussicht Links kann ich nicht weiter Okay Nichts So Was seid ihr für Viecher? Ja Das fällt mir einfach Was gerade passiert Okay So So Eine weniger Ich darf mich anzugreifen Trotzdem Ich darf mich anzugreifen Ich darf mich anzugreifen Aber Ich darf mich anzugreifen Aber Ich darf mich anzugreifen Das war sehr schön Nein Jetzt habe ich den Bogen genommen Ich habe die Axt Das war sehr geil Bogen Ich habe die Axt Das war's. Werde auch hier. Schade. Ah, vergiftet. auch solche ich weiß es ist mit themo das war kassi gewesen so heilung die schlecht weg weit weg war schon 45 Ich bin wieder weg. 45 ist ein bisschen too much. Hier bin ich auf jeden Fall falsch. Nicht nochmal hier. So gut, letzter Kampf. Das ist nichts. Aber das ist nichts. Aber das ist nichts, was ich machen soll, ne? Hier bin ich. Was zu tun? Juhu! Go, go, go. Oh dear. Ha 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 ha! Now stop! A fine strike, Temenum. Kämmer, 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 kämmer. Oh, sehr geil. Ist noch einer da? So. Dann zur Axt. Wer? Jetzt zerklicken. Jetzt habe ich das noch nicht vergriftet. So. So. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja. Ja, dann machen wir den Rest. Ja, dann machen wir den Rest. Wir müssen auf jeden Fall noch unsere Tänzer wieder ins Team holen und nochmal herkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.